Knapp 11 Millionen Fluggäste wurden vergangenes Jahr am Flughafen Stuttgart gezählt. So viele wie noch nie. Damit wurde der Passagierrekord von 2016 übertroffen. Das teilte die Geschäftsführung heute mit. Auch der Umsatz stieg 2017 auf fast 280 Millionen Euro, den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Durch Zahlungen für das Bahnprojekt Stuttgart 21 rutscht das Ergebnis jedoch mit 34,8 Millionen Euro ins Minus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017